Burkina Faso verstaatlicht zwei Goldminen. Das ist mal eine Ansage. Der Präsident des Landes namens Ibrahim Traore hat erst kürzlich angekündigt, dass die Bodenschätze seines Landes nicht mehr so einfach vom Westen ausgebeutet werden sollen und er zudem westlichen Firmen die Minenlizenzen entziehen wolle, wenn sie nicht weiter mit ihm kooperieren würden. Der Grund ist aber wohl weniger ein genereller Hass auf dem Westen, sondern, so wie es aussieht, laut den eigenen Aussagen von ihm das Gefühl unfair behandelt zu werden. Angeblich unfairer Handel steht laut seiner Aussage dort an der Spitze. Tja, beurteilen kann ich es nicht. Was das jetzt aber für Folgen haben könnte und ob Mineninvestoren weitere Enteignungen fürchten müssen, das schauen wir uns in diesem Video einmal gemeinsam an. Mein Name ist Jan Wilhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und wenn euch das hier weiterbringt und ihr das Gefühl habt, dass ihr uns gerne unterstützen wollt, könnt ihr es sehr gerne tun. Schaut doch mal, ob ihr den Abo-Button schon gedrückt habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Burkina Faso verstaatlicht zwei Goldminen, die in einem Rechtsstreit verstrickt sind. So titelt es die Financial Times. Wir von Axino haben uns tatsächlich schon vor längerer Zeit als Investoren auch aus dem Land zurückgezogen. Weil meistens bekommt man auch so ein bisschen das Gefühl, ob ein Land langsam unsicher wird, auch für Investoren, ob dort Konflikte anstehen, die womöglich zu Problemen führen könnten. Und deshalb haben wir auch zum Beispiel auf unserer Website axinocapital.de oder auf unserem Magazin jetzt keine Firma, die in Burkina Faso eine Mine betreibt oder dabei ist, ein Minenprojekt voranzubringen. Aber lasst uns mal schauen, was passiert ist. Denn um genau zu sein, wurden die zwei Minen mit dem Namen Bangu und Woyangon wohl nun einkassiert. Diese Minen wurden Mitte letzten Jahres von der Firma Endeavor Mining an Lilium Mining verkauft. Aber bei dem Deal, da gab es auch wohl rechtliche Probleme und Auseinandersetzungen. Aber mit denen ist jetzt ebenfalls logischerweise Schluss. Die kleine Randinformation noch für alle, die es interessiert, die die Punkte gerne wirklich im Detail zusammenbringen wollen. Die Bangu-Mine wurde im Juli 2020 von der Firma Endeavor im Rahmen der Übernahme von Semaphro erworben. Und Semaphro wiederum ist tatsächlich die Firma, die das heutige Management von Aya Gold und Seba aufgebaut hat und einen großen Erfolg gelandet hat. Ja, also das ist das Team rund um unseren Bekannten Benoit LaSalle, mit dem ich hier kürzlich eben vor allem über Seba und die sehr erfolgreiche Firma Aya gesprochen habe. Also so klein ist die Welt, das aber nur als Randinformation für den, den es jetzt im Detail interessiert. Endeavor und Lilium haben übrigens im Rahmen dieser Verstaatlichung Geld bekommen. Ja, sie sind also wohl nicht ganz leer ausgegangen. Und Endeavor Mining spricht von wohl 60 Millionen US-Dollar plus einer Lizenzgebühr. Analysten gehen jetzt hier so von 20 Millionen Wert aus, also knapp 80 Millionen. Auf dieser Grundlage haben jetzt auch Endeavor und Lilium vereinbart, die laufenden Gerichtsverfahren gegeneinander einzustellen. Und interessanterweise danken beide Parteien der Regierung von Burkina Faso für ihre Vermittlungsbemühungen. Interessant schon, wie verschieden die Sichtweisen sind. Gerade wurde deine Mine verstaatlicht, aber Endeavor ist vermutlich froh, dass diese ganze Sache auch mit dem Rechtsstreit durch ist. Ja, Ibrahim Taure lässt hier also Worten, Taten folgen und er sagt ganz klar, er will die Rohstoffkontrolle in seine eigene Hand nehmen, das eigene Land zum eigenen Erfolg führen. Er sagt ja auch mal sinngemäß, er braucht keine Hilfsgelder aus dem Westen. Afrika hat genug, um die eigene Wirtschaft voranzubringen. Stimmt's, Bodenschätze haben sie. Ob sie auch das Kapital haben, diese Minen erstmal zu bauen, ist jetzt vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Gut. Es scheint aber in diesem Fall keine klassische Verstaatlichung zu sein, nach dem Motto, heute deins, morgen meins. Ja, was immerhin mal halbwegs positiv für Menschen ist, die dort investieren. Aber für Endeavor handelte es sich ohnehin wohl nicht für sehr wichtige Minen. Die sollten ja ohnehin abgegeben haben. Man sagt sogenannte Non-Core Assets. Allerdings war der Plan dafür, mehr Geld zu bekommen. Die Rede war da so von 300 Millionen. Jetzt ist so ein Gegenwert von 80 Millionen. Die Verstaatlichung ist also durch. Und diese Verstaatlichung der Minen jetzt von Burkina Faso ist übrigens nur ein kleiner Teil einer größeren Welle von afrikanischen Regierungen, die jetzt wirklich auch versuchen, mehr Kontrolle über ihre natürlichen Rohstoffe, Ressourcen und Metalle zu bekommen. Im Juni entzogen die neuen Machthaber im Niger, da gab es ja letztes Jahr den Militärputsch, dem französischen Staatskonzern Urano bereits die Bergbaulizenz für die sogenannte E-Maurin-Mine. Und das gilt als eine der größten Uranminen der Welt, wohl aktuell aber noch nicht in Produktion. Die Gefahr, dass der Niger auch die sogenannte Somal-Uran-Mine im Land von den französischen Staatskonzernen verstaatlichen könnte, diese Gefahr ist durchaus im Raum. Und über dieses Risiko habe ich tatsächlich schon vor 14 Monaten gesprochen, als ich damals bei Philipp Hopf bzw. HKCM auf dem YouTube-Kanal zu Gast war. Denn, was da ganz interessant ist, diese Mine von Urano liefert 10% des französischen und sogar fast 25%, also ein Viertel des europäischen Urans. Das also mal zum Thema Macht. Wir haben hier so lange eine Macht in Europa, bis sich die rohstoffreichen Länder mal dazu entscheiden, diese Rohstoffe nicht mehr zu liefern. In Europa haben wir gar nicht so viel. Die Rohstoffe, die kommen vor allem aus anderen Teilen der Welt. So viel übrigens auch mal zum Thema Energiesicherheit. Was ist denn, wenn man auf Uran beruht, aber plötzlich die Uranlieferungen wegfallen? Ja, man kann sich andere Orte suchen, aber ganz so leicht ist das nicht und ganz so schnell auch nicht. Aber vermutlich war das ohnehin der Plan von unserem Wirtschaftsgenie Robert Habeck nach dem Motto, wenn wir ja gar keine gute Stromversorgung durch Kernkraft im eigenen Land haben, dann sind wir auch nicht anfällig, wenn mal die Uranversorgung wegfällt. Ja, stattdessen haben wir ja Wind- und Solaranlagen, die nochmals deutlich rohstoffintensiver sind. Aber sie schicken keine Rechnung, habe ich zumindest gehört. Egal, kommen wir wieder zurück zum Hauptthema, darum soll es ja gehen. Die Kernfrage ist also, wie kann es weitergehen? Wird es weitere Eignungen für Mineninvestoren geben? Ja, muss man jetzt, wenn man vielleicht die letzten Tage, Wochen gesagt hat, hey, ich verstehe, wie wichtig Rohstoffe sind und ich möchte in den Sektor auch etwas Geld investieren. Ich möchte vielleicht auch von steigenden Rohstoffkursen und vor allem von Minen, die möglicherweise vor einem Aufwind stehen, profitieren. Muss ich jetzt vielleicht direkt Angst haben, dass, ja, irgendwer kommt und direkt mein Investment einkassiert und verstaatlicht. Ich würde davor jetzt nicht so viel Angst haben. Ja, garantieren kann ich es natürlich nicht, denn Rohstoffe sind eben das wichtigste Puzzleteil für die Welt. Es scheinen jetzt immer mehr Menschen und auch Länder zu verstehen. Und wenn da einer die Macht entsprechend an sich reißen will, kann sowas immer mal passieren. Doch ich würde, wie gesagt, eher jetzt weniger Angst vor diesen Enteignungen haben. Der Grund dafür ist ganz einfach. Minen brauchen viel Kapital und viel Wissen. Und beides kann von den Experten aus Kanada und Australien zusammen mit der Börse geliefert werden. Ja, daher sind auch die afrikanischen Länder nicht nur auf eine Zusammenarbeit angewiesen, sondern häufig auch daran interessiert, denn es kommen dann eben Arbeitsplätze und mehr Einnahmen im Sinne von Steuereinnahmen zustande. Es fällt eben auch auf, dass Burkina Fasos Verstaatlichung um ein umstrittenes Asset ging. Ja, und eben die Entscheidung im Niger, die richtete sich gegen den französischen Staatskonzern, ja, Stichwort Kolonialzeit, aber nicht gegen Firmen wie beispielsweise Global Atomic. Die sind ebenfalls im Niger, ebenfalls mit Uran, haben aber zum Beispiel eine schriftliche Unterstützung der Militärregierung zugesichert bekommen. Völlig andere Situation. Denn Global ist ebenfalls ein kanadisches Unternehmen. Wir kennen ja auch sogar das Management persönlich. Also, warum hat man die nicht enteignet, ja? Scheint wohl auch ein Unterschied zu sein, wie man zusammenarbeitet. Und ich führe ja viele Gespräche mit CEOs, mit Menschen aus der Bergbauindustrie und auch Menschen, die eben in Afrika aktiv sind. Und man merkt eben immer wieder, dass es solche und solche Menschen gibt. Wie so oft, ja? Es gibt halt eben auch CEOs, die sind an einer Zusammenarbeit mit den Regierungen in diesen afrikanischen Ländern interessiert. Nehmen wir mal die Firma Atlantic Lithium als Beispiel. Das ist eine Firma, die schon in absehbarer Zeit, man spricht von 2026, in Produktion gehen möchte. Und zwar mit ihrem sogenannten Evoial Lithium-Projekt in Ghana. Und man sieht hier so ein paar Aufnahmen im Hintergrund, wie sich Atlantic auch an der ghanesischen Börse hat listen lassen. Das ist ungewöhnlich und das ist sicherlich auch kein Schritt, um jetzt zu sagen, ich wollte sowieso die ganzen ghanesischen Retail-Investoren haben, die meinen Kurs hochtreiben. Das wird sicherlich nicht passieren. Aber vielmehr bietet es der einfachen Bevölkerung, dem kleinen Mann, der kleinen Frau vor Ort, die Möglichkeit, recht einfach über die lokale Börse Teil des Projektes und des möglichen Erfolges zu werden. Ja, man hat also die Menschen integriert. Man unterstützt ESG-Projekte vor Ort und man will auch, dass möglichst viele Menschen der lokalen Bevölkerung später an der Mine arbeiten können, Arbeitsplätze schaffen. Und das sind so viele Checkboxen, die man sich so ein bisschen anschauen kann und muss, wo man dann sieht, hey, es arbeitet ja gar nicht jeder gegeneinander. Im Gegenteil, die Länder sind daran interessiert, fair behandelt zu werden und es gibt eben auch Minenbetreiber, die sagen, ja, wir wollen euch ja fair behandeln. Und dann scheint es wie in Ghana mit Atlantic Lithium sehr gut zu funktionieren. Übrigens, Atlantic Lithium ist schon alleine aus dem Grund auch ein Hingucker, weil die Lithiumpreise zwar extrem gefallen sind, also von 10.000 Dollar die Tonne auf so grob 1.000, 1.100 US-Dollar die Tonne, aber Atlantic kann sogar für weniger als 700 US-Dollar die Tonne das Lithium produzieren, ja. Das heißt, hier ist man zum aktuellen Zeitpunkt profitabel, natürlich in Produktion ist man noch nicht. Man muss noch einige Meilensteine wirklich abchecken, aber es sieht doch alles schon mal insgesamt sehr gut aus. Und wer jetzt sagt, hey, ich möchte mich mehr informieren, wir sagen ja immer erst informieren, dann investieren, der kann sehr gerne sich mal über unser Magazin Stocks to Perform, über Atlantic Lithium, aber auch andere Firmen informieren, ja. Beim Investieren sehr wichtig, einfach zu schauen, wo ist vielleicht auch so ein Projekt. In Afrika ist es sicherlich geologisch gesehen besser, wenn man aber zum Beispiel Projekte hat, die in Australien, in Kanada, in den USA sind, da haben wir auch viele Firmen drin, da hat man vielleicht andere Risiken, ja, da hat man vielleicht nicht so gute Geologie, auf der anderen Seite hat man aber weniger politisches Risiko. Also man muss es immer für sich ein bisschen abwägen, niemals generell alle, wie sagt man, alle Eier in einen Korb legen, also auch dort beim Minen investieren, diversifizieren, das sollte, denke ich, klar sein. Und ansonsten einfach mal gerne informieren. Das Magazin, das geben wir übrigens auch demnächst auf dem Börsentag in Berlin wieder physisch aus. Wer vorbeikommen möchte, sehr gerne einfach vorbeikommen. Der Eintritt in Berlin ist kostenlos zum Börsentag, dann sehen wir uns vielleicht dort vor Ort. Wie immer, beachtet bitte auch unsere Disclaimer, das ist keine Anlageempfehlung. Wir sind potenziell in diese Firmen selber investiert und haben auch potenziell Dienstleistungsverträge. Das zum Abschluss noch, jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag.